Hi, das ist Shepi. Shepi hat sich entschieden, dass er einen Tag ohne Skill-Based Matchmaking spielt. Wie er das getan hat, warum er das getan hat, warum das der Fun des Lebens ist und warum das eigentlich auch so ziemlich jeder machen kann, das erfahrt ihr jetzt. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst die Show beginnen. Let's fucking go, so will ich das sehen. Verdammte Scheiße nochmal. Spike, fuck also. 24, man. Let's fucking go. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es war eine der krassesten Rebirth-Warzone-Call-of-Duty-Sessions, die ich seit langer Zeit hatte. Und dahinter steckt ein VPN. Das ist der einfachste Trick, den man sich irgendwie heutzutage ausdenken kann. Da gibt es aber ein bisschen was zu erzählen. Denn das eine ist, ihr werdet andauernd von super vielen Warzone-Streamern verarscht. Also kennt ihr diese ganzen deutschen Warzone-Streamer, die alle Hardcore-Werbung für CyberGhost VPN machen? CyberGhost wird von denen nicht mal genutzt, weil es gar nicht für Call of Duty ist. Das bringt einfach nichts. Es wird einfach Werbung gemacht, weil die gut zahlen. Und woher ich weiß, dass die gut zahlen, die haben auch mir ein Angebot gemacht, um dafür zu werben. Und ich habe es mir sogar mal dann gedownloadet. Ich habe es umsonst bekommen und habe es mal getestet. Die Leute kriegen fast 25% Provision für jede einzelne Subscription, die ihr bei CyberGhost zum Beispiel macht. Und das ist nicht das einzige VPN. Es gibt da so viele auf der Welt. Aber wirklich erzählen, wie es funktioniert, tut keiner. Weil jeder, der Content macht, möchte gerne die geilen Lobbys für sich haben. Und ihr guckt in die Röhre und fragt euch, wie kann es sein, dass der Typ 30 Kills droppt oder 50 oder 100. Und ich sitze hier und spiele mit Scampi und Co. da drinnen. Dann haben wir uns entschieden. Wir machen den Try. VPN, gute Location suchen. Und mit der Location gehen wir Hardcore auf den nächsten Nuke-Auftrag. Wir waren schon bei, ich glaube, 23 von 30 Siegen bei dem Ganzen in Rebirth. Und bei 30 Siegen kriegt ihr einen Nuke-Auftrag. Hat sich dann rausgestellt, dass wir halt 5 Runden nacheinander einfach gewonnen haben. Mit einem heftig hohen Squad. Und bevor die ganzen Mädchen jetzt weinen, wisst ihr, Gaming war mal so. Wenn ihr gut wart und viel gezockt habt, dann habt ihr Runden gewonnen. Das ist im Leben so. Das ist bei Olympia so. Das ist bei Weltmeisterschaften so. Das ist im Vereinsfußball so. Da wird nicht künstlich versucht, euch schlechter zu machen. Oder künstlich versucht, euch irgendwie zu beeinträchtigen. Sondern ihr spielt mit allen Teams. Steigt auf. Steigt weiter auf. Und wenn ihr in der 1. Liga seid und ihr seid das beste Team, dann gewinnt ihr das. Da kommt nicht nach einem Jahr plötzlich irgendjemand und sagt euch, ja das müssen wir jetzt hier so ändern. Und so und so und so was. Das Faszinierendste daran ist, dass nie gezeigt wird, wie es mit einem VPN funktioniert. Und nein, man wird für keinen VPN gebannt. Ich weiß nicht, warum das immer wieder irgendeiner behauptet. Das hat es in, keine Ahnung, sechs Jahren Skill-Based Matchmaking in Call of Duty noch nicht gegeben. Und das wird es auch nicht geben, weil dann ungefähr die Hälfte der Spieler aus der ganzen Welt nie wieder spielen könnten, weil viele schon darauf angewiesen sind. Das ist fett VPN. Es ist so einfach einzustellen, was euch komischerweise nie einer bei seinen VPN zeigt. Oder habt ihr schon mal einen Warsons-Styper gesehen, der euch gezeigt hat, wie es geht? Und es ist wirklich, es ist für Dubbys gemacht. Also wer es nicht hinkriegt, das über die Homepage oder einen Discord down zu lohnen. Und dann, oder down zu lohnen, zu downloaden, so rum ist es richtig, dem kann ich nicht mehr helfen. Das ist wirklich das Einfachste der Welt. Ihr habt einen Doomer, der entscheidet für euch, in welcher Region, hier seht ihr auch die Pingster neben, das Ganze für euch sucht. Und das VPN suggeriert dem Game Warzone und Rebirth, dass ihr nicht aus Deutschland kommt, sondern aus Nigeria, Ghana oder sonstiges. Und die Location, wo ihr herkommt, entscheidet beim Skill-Based Matchmaking aufgrund der Leute, die dort auch hinkonnecten, dass ihr eben dann in etwas einfache Lobbys kommt. Nicht jede Runde ist eine Bot-Lobby, nicht jede Runde ist super. Aber viele Runden sind top. Ich meine, ihr seht es, mehr Beweis kann ich euch nicht geben. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ich weiß nicht, warum da Leute Probleme mit haben, ihr sucht euch eng eine Location aus. Jede Location hat, gehen wir mal auf die Geria, eine Anzeige für euch. Wie stark das SBMM ist, umso mehr Sterne, umso besser. Ob es aktuell, das kommt dann immer auf Uhrzeit an und Spieler, die dort connected sind, ob es ein bisschen Botty ist, ob es ein bisschen schwieriger ist und, und, und. Und dazu gibt es, wenn ihr dann VIP sein wollt, das kostet irgendwie extra, müsst ihr nicht, gibt es noch mehr Locations, die ihr so nicht kriegt. Hier zum Beispiel wäre jetzt die ganz gute, bei der Zeit 6.18 Uhr, 6.18 Uhr morgens ist ziemlich gut, weil da relativ wenig Spieler sind, nutzt man dann aus. Und das Einzige, was ihr machen müsst, ihr connectet zu irgendeinem. Wir connecten mal VPN Türkei. Dann connectet ihr und schon könnt ihr starten. Das ist alles. Also ihr könnt auch drei Tage testen, wenn ihr wollt, ist umsonst. Wer das nicht hinkriegt, dem kann und will ich nicht mehr helfen. Warum ist das überhaupt notwendig? Skill-based Matchmaking ist dermaßen hochgecrankt und hochgeabt, dass ihr in dem Moment, wo ihr als guter Spieler spielen wollt, und da ist es auch egal, ob das Rebirth ist, ob das Multiplayer ist, ob das Warzone ist, ihr seid komplett am Arsch. Ein manipulatives Kacksystem, was aktiv dafür sorgt, dass ihr als Spieler beeinträchtigt werdet. Ihr werdet benachteiligt, ihr kommt dauerhaft nur noch in Lobbys mit Menschen, die genauso schwitzen wie ihr. Und während das überhaupt gar kein Problem ist, weil das früher auch schon so war zwischendurch, ist es halt jetzt ein Problem, weil es keinen Break mehr gibt. Es wird jede Runde von euch erwartet, dass ihr ranked spielt. Aber es gibt ja ranked. Warum gibt es Skill-based Matchmaking in einer normalen Lobby, die frei für alle sein sollte, für jeden Skill, für jede Herkunft, wenn es bereits ranked daneben gibt, den man aktiv nutzen kann, damit man eben um Platzierung spielt. Platzierung und Skill-Punkte, die ihr trotz SBMM im normalen Multiplayer und normal Rebirth ja gar nicht seht. Ihr seht gar nicht, in welcher Skill-Bracket ihr seid. Ihr werdet verarscht. Und es gibt natürlich die Option zu sagen, ich pfeife drauf. Das Problem ist dann, es fallen sehr viele Spiele für einen mittlerweile weg. Es gibt ja gefühlt kaum noch Games heutzutage, die nicht mit Skill-based Matchmaking vollgedröhnt sind. Selbst in den nicht-ranked Lobbys und den nicht-ranked Modi. Und in Call of Duty ist das genau das Gleiche. Und wir haben den SBMM-Blog vor kurzem gesehen und diese Erklärung von Activision war ja Bullshit. Also es war ja, sagen wir ehrlich, das war ein Haufen Bullshit, der da anhand von Zahlen dargestellt wurde. Und dann wurde gesagt, ja Leute, das hier sind die Gründe, warum wir Skill-based Matchmaking nicht entfernen können. Weil 2% aller Spieler eine Runde früher quitten als früher. Also ausgemachter Bullshit. Und ich bin nicht mehr bereit, schon seit Wochen und Monaten nicht mehr, mir das jedes Mal wieder zu geben. Und trotzdem bin ich nicht bereit, wenn ich Fun an Call of Duty haben möchte, diesen Fun einfach nicht mehr zu haben. Und mein größtes Problem mit dem Ganzen ist eigentlich, dass viele, viele Streamer, und ich werde hier keinen einzigen Namen nennen können. Diese ganzen Spasten kennt ihr selber. Von gibt es mehr als genug in der deutschen Szene. Auch überall anders, aber deutschen extremen. Das sind alles Faker. Das sind alles Faker. Die erzählen euch von irgendeinem VPN, was fürs Gaming gar nicht funktioniert. Dann solltet ihr eure Subscriptions abschließen, obwohl es halt offensichtlich nicht für Gaming gemacht ist. Es wird euch nicht gesagt, was die wirklich nutzen. Manche spielen noch mit dem Warzone-Agent. Ihr werdet, während ihr zuguckt, komplett verarscht. Und warum? Weil es um Geld geht. Es geht immer um Geld. Bei Twitch geht es immer um Geld. Bei YouTube geht es immer um Geld. Bei dem Video hier geht es um Geld. Bei allen Sachen auf der Welt geht es mittlerweile um Geld. Ich finde dann aber, es ist das Mindeste, was man als Creator machen sollte, dass man offen und ehrlich dazu steht, wenn man sich Hilfsmittel nimmt. VPN ist nicht verboten. Steht längst vor den AGBs. Man wird dafür nicht gebannt. Warum dann aber Streamer, die eine gewisse Reichweite haben, nicht in der Lage sind, offen und ehrlich euch zu erklären, was sie nutzen, wie sie es nutzen und warum es so gut funktioniert. Das ist lächerlich. Und das sind dann Leute, die zu euch sagen, wenn ihr sagt, ey, das sind aber Lobbys, die habe ich so noch nie gesehen. Also, ich würde auch mal Gameplay so spielen, die sagen, ja, ich bin halt einfach ein bisschen besser als die anderen, weißt du. Und dann kommen diese Standard-Ausreden. Ja, ich spiele 8 Stunden am Tag. Ja, ich spiele das schon seit 5 Jahren. Das ist doch Bullshit, Leute. Wisst ihr eigentlich, wie oft diese Streamer regelmäßig gekleppt werden, wenn man durch deren Locations in die selben Locations mit denen kommt und dann sind die schnell wieder raus und dann ist es gestreamt, Snipe und bla bla bla. Fake. Ist alles fake. YouTube ist fake. Twitch ist fake. Und dann bin ich eher ein Fan davon zu sagen, jo, VPN nutze ich auch, weil hilft einfach. Macht mehr Spaß. Macht mir persönlich mehr Spaß. Ich kann meine Nuke-Aufträge machen und ich werde tatsächlich dafür belohnt, dass ich eben ein Spieler bin, der schon seit 15 Jahren Call of Duty spielt und dann irgendwann halt auch gelernt habe, wie ich Call of Duty spiele. Und so sollte es funktionieren. Man sollte, wenn man etwas lange macht und gut macht und lernt und besser wird, nicht dafür bestraft werden, dass man besser wird beim Gaming, sondern man sollte dafür belohnt werden. Belohnt mit Runden, die einem helfen. Und es gibt ja immer dieses Argument, ich wollte eine Botkin. Wisst ihr, Leute, wenn wir Bots killen wollen würden, dann wären wir die größten Verfechter von Skill-Based Matchmaking, weil in Skill-Based Matchmaking Lobbys, wenn man sich da rein Reverse boostet, was sehr einfach ist, wisst ihr, habt ihr nur noch Bots. Und nicht so wie früher, wo ihr alles hattet. Es war so schön zu sehen, dass man Multiplayer und Rebirth und sowas spielen kann mit verschiedenen Waffen. Wenn man jetzt Rebirth ohne VPN spielt, spielt man jede Runde gegen eine STG, gegen eine Superior und das war's. Und das jede Runde, jedes Team, jeder Spieler, Hand in Hand, ohne Unterbrechung. Das ist kein Fun. Das Gaming soll Fun sein und das ist es nicht. Das heißt, ein Tag SBMM, Nuke-Aufträge geholt und die Nuke-Aufträge werden wir heute versuchen zu starten, wenn die Lobbys gut sind. Wenn sie nicht gut sind, machen wir es vielleicht morgen. Man wird es sehen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Wurde mal Zeit, dass man da mal ehrlich drüber ist. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen.